Das war wieder ein geniales Wochenende und ich hatte natürlich den Grill angeschmissen und bin froh, dass ich dafür nicht 250.000 Euro zahlen muss, denn das geht gerade durch YouTube Deutschland. Neues Urteil vom Landgericht München 1. Ein Nachbar zofft sich mit einem anderen Nachbarn und bekommt sogar recht, denn der andere Nachbar darf künftig nicht mehr so oft grillen, wie er bislang gegrillt hat. Und macht das nochmal, droht ihm eine Strafe von bis zu 250.000 Euro. Was das auf euer Grillverhalten für Auswirkungen haben könnte, dieses Urteil, und wie oft man im Sommer draußen grillen darf und ab wann die Belästigung losgeht, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Kanzlei Wilde Beuger & Solmecke beziehungsweise WBS Legal Neuerdings. Wir haben uns ja umbenannt und ich vertue mich immer nochmal ein bisschen. Das seht ihr mal, wenn man elf Jahre den gleichen Spruch gebracht hat, ist der einfach drin. Ja, neuer aktueller Rechtsfall aus Bayern erhitzt im wahrsten Sinne des Wortes die Gemüter. Achtung, Wortwitz, liebe Leute. Und der YouTuber Klaus Grillt hat darüber berichtet. Und wir schauen mal ganz kurz rein, was denn da ausgeurteilt worden ist vom Landgericht München 1, was jetzt gerade in Social Media alle so aufregt. München 1 hat entschieden. Ein älterer Herr, 75 Jahre, hat seinen Nachbarn verklagt in einem Zivilprozess, wenn ich es richtig mitbekommen habe, weil der jeden Tag bei Schirmwetter gegrillt hat. Sagt man jetzt ehrlich, wo ist da das Problem? Der hat einfach gegrillt. Der hat sich eine schöne Zeit gemacht und hat draußen auf der Terrasse gegrillt, hat seine Grundstücke genutzt, wie man das nutzt, also auch zur Lebensmittelzubereitung. Aber der Landgericht hat entschieden. Ja, also, Landgericht hat entschieden, nur weil jemand gegrillt hat, jeden Tag. Aber immerhin muss man sagen, das war ein Mann aus Bad Tölz, der hat jeden Tag in einem Mehrfamilienhaus unten auf der Terrasse gegrillt und das stank einem Rentner, dem Heinz G., im wahrsten Sinne des Wortes, ganz gewaltig. Denn er sagte, dieser Brutzelrauch ist unerträglich, selbst wenn er nur, in Anführungsstrichen, von einem Elektrogrill kommt. Jetzt muss man wissen, das war eine Eigentümergemeinschaft, in der die hier wohnten. Und es ging dann noch um eine Kamera, die angeblich auf den Rentner gerichtet worden ist. Es ging noch um trampolinspringende Kinder. Aber uns interessiert hier nur das Grillen. Und wir schauen mal rein, was Klaus grillt. Hierzu für eine Einschätzung hat er. Aber es ist ja immer so ein Theater mit Rechtsanwälten. Viele Grüße an Herrn Solmecke. Vielleicht kümmern Sie sich auch mal um das Thema. Wäre bestimmt mal interessant um Ihre Meinung. Machen wir gerne, lieber Klaus. Das ist immer so ein Theater mit den Rechtsanwälten. Und wir wollen uns das mal anschauen, inwiefern kann denn ein Nachbar sich wirklich wehren gegen die Häufigkeit des Grillens. Und da der kurze Hinweis von unserer Seite. Ihr könnt euch jedenfalls wehren, wenn eure Daten von Facebook nicht ordentlich gehegt und gepflegt worden sind und ins Internet gelangt sind. Dann seid ihr möglicherweise Teil des Facebook-Datenlecks. Checkt es mal auf. Wir haben hier so einen Checker hingebastelt. Er kommt also rucki zucki über den Link auf diesen Checker. Und müsst nur eure Mobilfunknummer hier eingeben. Und dann wisst ihr, ob ihr betroffen seid und eine Chance auf 1000 Euro Schadenersatz habt. Die solltet ihr nicht verpassen. Wie ist der Fall mit dem Rentner hier gelaufen? Ja, das Amtsgericht Wolfratshausen hat zunächst gesagt, Rentner, der Heinz G., der hat gar keinen Anspruch gegen seinen Nachbar, der unten drunter wohnt, der da fröhlich grillt. Und dagegen ist der Rentner in Berufen gegangen. Das Landgericht München sagt jetzt, ja, der Rentner kann tatsächlich von seinem Nachbar unten verlangen, nicht mehr an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am Wochenende und auch nicht an einem Sonntag, der sich an Feiertag dran koppelt, doppelt zu grillen. Also zwei Tage am Wochenende beziehungsweise zwei Feiertage hintereinander, das geht nicht mehr. Und maximal viermal im Monat grillen. Ja, da fällt der eine oder andere von euch vom Stuhl und ich würde auch vom Stuhl fallen. Und dann würde ich sagen, stehe ich doch deutlich häufiger bei mir im Garten und habe den Grill angeschmissen als viermal im Monat. Das Ganze ist natürlich festgezurrt worden in Urteilsform, falls ihr mir nicht glaubt, das ist im Internet zu finden, hier bei Bayern recht. Und da sieht man eben, dass man dort genau im Tenor, das ist sozusagen das, was das Urteil besagt, entsprechendes festgestellt hat. Er soll es unterlassen, auf seiner Terrasse an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am Wochenende, Samstag und Sonntag oder aufeinanderfolgende Sonn- und Feiertage und insgesamt mehr als viermal im Monat zu grillen. Also da denkt man doch, das gibt es doch gar nicht hier so krass das Grillen beschränkt. Und hier sieht man noch im Fall der Zuwiederhandlung bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld. Und das hat natürlich insgesamt zunächst mal für sehr viel Aufsehen erregt, dass man sagt, wie bitte 250.000 Euro für einmal grillen, nur weil er jetzt, sagen wir mal, fünfmal im Monat grillt und nicht viermal. Und wo beginnt überhaupt der Monat? Muss man jetzt mal vom 1.1. oder geht man im Jahresmittel? Da ist das Urteil schon relativ unklar, ob sich das auf Monat bezieht oder ob man sagen kann, ja, heißt das jetzt im Dezember, da war auch nur viermal. Warum soll er nicht im Dezember häufiger grillen? Kommen wir gleich vielleicht noch gar nicht zu, dass das Urteil in meinen Augen hier nicht so ausgewogen ist, wie es hätte ausgewogen sein müssen. Es ist so, da es hier Vereinbarungen und Beschlüsse der Wohnungseigentümergemeinschaft nicht gab zum Grillen, sagt das Landgericht München, besteht erstmal Unterlassungsanspruch. Und der gibt sich aus dem Wohnungseigentümergesetz hier, Paragraf 14, Wohnungseigentümergesetz. Und da muss man sagen, dass der Unterlassungsanspruch aber nur dann existiert, wenn die Beeinträchtigung durch das Grillen auf der Terrasse zu einer Beeinträchtigung der Wohnung des Rentners, der also drüber lag, komme, die über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidbare Maß hinausgehe. Mit anderen Worten, ihr müsst auf dem Einzelfall gucken, stinkt das so krass, das tägliche Grillen, dass man nicht mehr ordentlich in seiner Bude sitzen kann, wenn man das Fenster geöffnet hat oder gar nicht auf dem Balkon sitzen kann oder sagt man, das ist das normale Zusammenleben. Also maßgebend, also da sind die Richter auch ganz exakt, ist der Standort des Grills, die Häufigkeit des Grillens und das verwendete Grillgerät. Da kam YouTuber Klaus auf eine witzige Idee, die ich euch nicht vorenthalten möchte, was man denn da für verwendete Grillgeräte möglicherweise nehmen könnte. Schauen wir da mal rein, was er da zu zu sagen hat. Also wenn mich Ina verklagen würde und sagen würde, Mensch, du darfst ja nicht mehr grillen, würde ich sagen, naja, wir fallen noch ein paar andere Dinge an, die man draußen machen kann, die jetzt nicht grillen sind. Also zum Beispiel einen Wok anschmeißen oder die Gulaschkanone. Da könnte auch mal der Sollmecke sagen, was er dazu hält, weil ich denke, einen Wok draußen anzumachen, also einen schönen 11,5-14 kW Turbo-Leistungs-Wok, der richtig Krawall macht, würde mich als Nachbar eigentlich viel mehr jucken als einen Elektro-, Gas- oder Holzkohlegrill, der vor sich hin pösert. Und diese Urteile beziehen sich ja nur aufs Grillen. Wenn wir da jetzt an der Stelle woken, haben wir natürlich auch eine Belästigung, die aussieht, die ist aber vor diesem Urteil, so wie ich die gelesen habe, ja nicht abgedeckt, sondern nur das Grillen. Ähnlich verhält sich das mit einer Gulaschkanone. Und deswegen wenn ich da eine Gulaschkanone hinstelle. Er fände ich eigentlich sehr witzig. Eine gute Idee mit dieser Gulaschkanone. Das kann ja wirklich ordentlich stinken. Er geht allerdings leider nicht. Denn tatsächlich sowohl ein Wok als auch eine Fritteuse können natürlich ähnliche Geruchsbelästigungen ausüben, so dass man sagen kann, okay, hier ist es ja tatsächlich so, dass zwar der Urteilstenor hier sich aufs Grillen nur bezieht, also insofern ist die Idee da gar nicht so schlecht, dass man da sagen könnte, okay, ist ja jetzt was anderes Grillen, aber dass man jetzt insgesamt wahrscheinlich wieder zu einem ähnlichen Urteil kommen würde seitens des Gerichts. Er würde nur, das möchte ich sogar sagen, hier tatsächlich mit einem Wok zwar dann erneut verklagt werden können, aber nicht gegen dieses Urteil verstoßen. Also insofern muss ich Klaus recht geben, gar nicht so unkreativ die Idee. Der Betroffene unten sollte sich einfach, erst kauft er sich einen Wok, lässt sich wieder verklagen, verliert dann aber wahrscheinlich wieder. Kauft sich dann eine Gulaschkanone, verliert dann auch wieder. Das könnte also zu weiteren Prozessen führen. Ich glaube auch, dass er dadurch den Rentner etwas provozieren würde, aber möglich wäre das erstmal. Wäre kein Verstoß jedenfalls gegen dieses Urteil. Was dann eben die besagten 250.000 Euro, zu denen ich gleich noch kommen werde, nach sich ziehen würde. Das Landgericht jedenfalls kam zu dem Schluss, dass durch das Grillen hervorgerufene Gerüche sich zwar nicht wesentlich von anderen Gerüchen unterschieden, die beim Kochen entstehen, aber ihr seid zu berücksichtigen, dass der Grillgeruch im Freien deutlich störender sei, wenn man nämlich sonntags auf dem Balkon säße und das Ganze dann hochzieht, als normaler Küchengeruch und insbesondere bei geöffneten Fenstern, und im Sommer sind die Fenster ja besonders häufig geöffnet, der Geruch in die Wohnung reinzieht und das müsste nun wirklich gar keiner tolerieren. Dem Gericht war wohl bewusst, dass es nur ein Elektrogrill war und der Rauch von Holzkohle weggefallen ist, was ja noch viel störender gewesen wäre, aber auch wenn da nur Wasserdampf und Gerüche von Fleisch und Fisch hochkämen, müsste man die Belange der Wohnungseigentümer ganz genau im Blick haben, sagt hier das Landgericht München. Man bräuchte einfach Zeiten, wo man ein geöffnetes Fenster haben kann, am Balkon sitzen kann und im Sommer, am Wochenende, an Feiertagen, da will man eben draußen sitzen und wenn das nicht gewährleistet ist, dann geht das nicht. Jetzt könnte ja Rentner Heinz G. super jubeln und sagen, klasse, wenn da nicht noch ein kleiner Satz im Urteil drin gewesen wäre, denn der Mann, der hat neben seiner Terrasse noch ein Sondernutzungsrecht für den Garten. Obje passt, so läuft nämlich Jura, Leute, so nämlich, denn das Gericht hat auch gesagt, im Garten haben wir keine Anhaltspunkte, dass da irgendwie der Duft noch zum Rentner raufzieht. Sprich, was wird der findige Griller hier machen? Er wird nicht sich einen Wok kaufen, er wird sich auch keine Gulaschkanone kaufen, er will einfach nur seinen Grill drei Meter weiter in den Graten verschieben, denn das Gericht jetzt schon sagt, im Garten, Leute, ist kein Problem. Und jetzt kommen wir auch zu meinem Grillverhalten, was deutlich häufiger ist als viermal im Monat. Ich habe meinen Grill natürlich im Garten stehen und der grenzt an den Garten eines anderen Nachbarn und da sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, abgesehen davon, dass ich mich mit meinen Nachbarn ganz gut verstehe und die auch grillen, haben wir da gar keine Geruchsbelästigung, sodass alles in den freien Himmel ziehen kann, was hier offenbar nicht der Fall war. Vielleicht, wenn der Betroffene hier, der Verurteilte den Grill im Garten aufstellen. Jetzt komme ich noch zu den 250.000 Euro. Da mussten ja einige schlucken, dass das jetzt so teuer sein kann, wenn man mal einmal jetzt noch den Grill anschmeißt nach diesem Urteil. Und das gucken wir uns an, ob das wirklich so verdammt teuer werden kann und ob das noch hier gerechtfertigt ist, wenn das Grillen auf die 250.000 Euro... Wenn er das nicht macht, weil er sich nicht daran hält, muss er für jeden Fall 250.000 Euro, also bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld bezahlen. Ersatzweise Haft. Da schießt man so ein bisschen über Ziel hinaus an der Stelle, wobei natürlich Richter sind in ihrer Entscheidung frei. Er ist ja nicht ganz frei, das Gericht. Kann ich auch kurz was zu sagen. Also es ist so, zum Glück, zum Glück, zum Glück muss hier keiner 250.000 Euro zahlen, wenn er nochmal dagegen verstößt. Es ist nur so, dass das Gericht, oder beziehungsweise der Rentner, der könnte natürlich jetzt einen Gerichtsvollzieher beauftragen mit der Vollstreckung, wenn nachher das Grillen nicht unterlassen wird. Da muss man gucken, was hat der Gerichtsvollzieher in der Hand? Naja gut, er kann eben ein Ordnungsgeld verhängen, oder das Gericht kann Ordnungsgeld, man stellt erstmal einen Antrag verhängen mit dem Ordnungsgeld bei der Zuwiderhandlung und das Ordnungsgeld, die Geldsumme, die kann bis zu 52.000 Euro betragen. Bis zu, wohlgemerkt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. In dem Moment, wo man eben, ja, was weiß ich, jetzt einen Riesengrill sich anschafft, Riesenfeuer macht, dann wird es halt teurer, indem man jeden Tag das macht, dann steigern so langsam die Ordnungsmittel, die da verhängt werden vom Gericht und das kann dann bis zu 52.000 Euro hin. Wahrheit ist, da werden ein paar hundert Euro erstmal fällig, dann 1.000, 2.000, hört man dann immer noch nie auf, 10.000, ja, bis zu einer Viertelmillion. Oder wenn man das Geld nicht zahlt, kann man auch in den Haft kommen. So, ersatzweise ordnungshaft. Sprich, erstmal nicht so dramatisch, wie vielleicht der eine oder andere vermuten mag, aber trotzdem, ich meine, klar, auch 1.000 Euro fürs Grillen, würde ich mal sagen, ist auch schon eine Stange Geld. Das muss schon ein gutes Stück Fleisch sein, damit man dann noch 1.000 Euro Ordnungsgeld obendrauf zahlen kann. Also, insofern, dann, was gilt für euch? Kann man jetzt auf dem Balkon grillen oder nicht grillen? Ja, es gab noch ältere Gerichtsurteile, die habe ich euch auch mal hier bitte rausgepickt und werde dazu auch noch was sagen, was dazu bereits schon ergangen ist. Ob die wirklich so wegweisend ist, ich weiß es nicht. Ich meine, das ist Landgericht München, also das ist ja noch nicht, keine völlig verrückte Instanz und das war jetzt kein Strafprozess, sondern bewusst ein Zivilprozess. Also, da würde ich mal sagen, ruhig Blut. Ja, richtig so, ruhig Blut, das kann man sicherlich einerseits so sehen, aber, lieber Klaus, ich habe leider jetzt ein paar andere Urteile rausgesucht, da ist da nichts mehr mit dir ruhig Blut, das ist ein richtig harmonisches Urteil geradezu, zu dem, was ich hier herausgefunden habe. Es gibt natürlich kein gesetzliches Verbot des Grillens irgendwie, es hilft immer ein Blick im Mietvertrag, Hausordnung, das wäre dann bindend. Es gilt das nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot und jetzt kommt es. Amtsgericht Bonn hat entschieden, von April bis September maximal einmal pro Monat auf dem eigenen Balkon oder der Terrasse grillen. Und dann auch nur, wenn man dem Nachbarn 48 Stunden vorher Bescheid gibt, ich meine, ich überlege mir doch nicht 48 Stunden vorher, ob ich grille. Jedenfalls ein seltenes Fälle, ich gucke, wie das Wetter ist und dann schmeiße ich einen Grill an. Irre eigentlich, aber es ist aus 1996 entscheidend, schon was älter, auch aus 1996 in Stuttgart. Das Landgericht sagte, sechs Stunden pro Jahr darf man grillen auf der Terrasse, das wäre hinnehmbar. Wohlgemerkt, liebe Leute, immer gucken, wie da die Situation bei euch ist. Wenn man dicht an dicht ist, dann ist es sicherlich weniger. Landgericht Aachen 2002, zweimal im Monat zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr. Also da war es das dann mit dem Nachmittagsgrillen und das auch nur im hinteren Teil des Gartens. Und Bayerisches Oberlandesgericht hat entschieden, maximal fünfmal im Jahr grillen auf Holzkohlefeuer, wenn der Abstand zu den klagenden Nachbarn mindestens 25 Meter beträgt. Wow, das ist halt auch viel härter, was da in der Vergangenheit entschieden worden ist. Ich kann nur einen einfachen Tipp geben. Ladet eure Nachbarschaft einfach zum Grillen ein, denn mit vollem Mund wird das Streiten einfach schwieriger und ja, lieber im Frieden als jetzt auf diese Art und Weise. Aber klar, ist das Kind einmal im Boden gefallen, hat man so krawallige Nachbarn, dann hilft natürlich auch nur der Gang zum Anwalt. Am Ende ist das jetzt hier fürs Grillvergnügen nicht ganz so gut ausgegangen, wie sich das der Terrassengriller vielleicht gedacht hat. Was meint ihr dazu? Wie oft grillt ihr? Was ist euer Grillverhalten? Schreibt es mal unten rein in die Caption. Bin gespannt, ob ihr schon mal einen Streit mit dem Nachbarn hattet wegen eures Grillverhaltens. Ich will das gerne mal auswerten, was da so los war und werde natürlich auch die ganze Grillszene weiter beobachten, denn ich, Hand aufs Herz, bin wirklich ein großer Grillfan. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Wir sehen uns an gleicher Stelle schon morgen wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.